Hallo, schön, dass du da bist und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der heißt Tricks for Trick. Trick steht für das Wort Trichotilomanie. Ganz kurz, falls du dich jetzt fragst, was ist Trichotilomanie? Es geht um das zwanghafte Ausreißen der eigenen Haare. Ich selber habe Trich seit mehr als 15 Jahren und darum ist es für mich auch ein absolutes Herzensthema, darüber zu sprechen. Ich habe auch einiges dazu zu erzählen, aber auf diesem Kanal möchte ich nicht nur meine eigene Geschichte weitergeben, sondern auch ganz, ganz viele nützliche Informationen, Tipps und Tricks zum Thema Trichotilomanie zusammentragen und euch in kurzen, kompakten Videos zur Verfügung stellen. Also wenn dich dieses Thema interessiert, vielleicht hast du selber Trich oder du kennst jemanden, der davon betroffen ist, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und ich wünsche euch jetzt schon ganz, ganz viel Spaß bei den Videos. Tschüss!